So, bringen wir uns gleich zu der nächsten Quest. Perfekt. Wer sich noch an Solo Monat erinnert, wird wissen, was jetzt kommt. Und Scheiße, Mann, ich sollte bei Gelegenheiten mal die ganzen Korpsen, dass das wieder wegstecken, die nur einmal jedes Jahres ausruhen werden. Ein Dienstag ist technisch gesehen durch. Ach ne, warte mal, ich brauche hier gar nicht eine Front. Ach Quatsch, ist auch falsch. Du bist richtig und für dich brauche ich... Ja, aber so gut brauchen ist so eine Sache, aber es ist halt Gold wert. Okay, und das hier kann man sich sparen. Na, das müssen wir etwas so hinkommen. So, jetzt haben wir Attila mit 615.000 HP. Oder Altera meinetwegen auch. Das macht für mich keinen Unterschied. Das sind quasi die Final Battles von den ganzen Story-Chaptern irgendwo. Und... Äh. Scheiße. Aber gut. Kann man nix machen. Ähm. Dann will ich das so jetzt nicht machen, sondern eine Runde Warten noch. Das ist jetzt ein bisschen Kacke, weil ich verbrate gerade meine Punkte. Über den hier kann ich schon mal bringen. Wie gesagt, ich verbrate halt gerade die Sank-Quads, die ich mir... Autsch, die Quick-Stars, die ich mir am anderen reingehauen hab. Es funktioniert halt nicht immer, ne? Es funktioniert halt nicht immer, ne? Und heute ist doch gerade mein Stream mit angeklappt. Lell. Okay. Okay. Okay, mit der Bastard Chain wird das erst... Also mit der Bastard Chain wird das nur bedingt was. Leider. Kann man nix machen. Dann muss ich mit dem leben, was ich... was ich machen kann. Und vor allem, wie weit ich es machen kann. Am besten wäre natürlich, wenn ich drei Bastard Karten einhalte. Aber nächste Runde wird vielleicht ein bisschen schlimmer sogar noch, wer weiß. Hier kann ich zumindest die Brave Chain durchverlangen. Und den tue ich dann auch so. Das läuft halt bei weitem gerade nicht perfekt, aber... Es muss ja auch nicht perfekt laufen, es muss nur gut laufen. WTF, wieso habe ich ein Steam-Item gekriegt? Okay, lass mal sehen. Uh, bei weitem nicht perfekt, sage ich ja. Ich weiß. Ich weiß. Cool. Ich habe gerade gesehen, Fade Extella Link ist bald ins Team rausgekommen. Nice. Das werde ich doch mal kurz noch um die Wunschlüsse setzen. Der ist... Wo... Ähm... Okay. Ich habe jetzt einen Rabatt gekriegt für ein Spiel, das noch gar nicht raus ist. Ja, GG. Ja, gut. Man kann es sich vorbestellen, aber what the fuck. So, und hier haben wir... Ja... Einen recht kurzen Kampf, weil das wird sie sich nicht wieder hochheilen können. Ein HC down, ja, scheiß drauf. Das wird mich herzlich wenig. Hm, scheiß, ich hätte den Skiffen hier noch einsetzen können. Oh, der Stunt ist, das heißt, nächste Runde hält er jetzt mal mit dem Sabbel. Okay, den mache ich jetzt mal kurz hier. Das ist ganz gut. Dann baue ich nämlich noch einiges mehr, den ich gerade auch. Und Kritzen ist sowieso immer geil. Es ist jetzt nicht perfekt. Das ist nun, denke ich mal. Aber es ist nahe dran. Okay. Okay, ihr habt noch einen Vorteil. Ah, der Ult sollte ich eigentlich standhalten. Wenn ich jetzt nicht verpeilt habe, dass irgendwas passiert noch, der Ult sollte eigentlich keinen Lieferanz durchbrechen. Oh, das wird ja so wehtun. Also dir mehr als mir, oder ihr mehr als mir, vielmehr. So, nächste von Memorial Quest geschafft. Mal die zweite, woher. Ja, gut, die zweite ist die nächste, wo wir gerade erst mal eine hatten. Passt schon. So, hier mal, ciao, wir sehen uns beim nächsten Quest wieder. Ja. 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 Ja.